Super Ritchie hilft Dich wieder! Ey, Drohnen, das sind voll die Kampfmaschinen, ehrlich. Ich war neulich draußen so mit meinem Fahrrad unterwegs und auf einmal so, direkt so an meinem Kopf vorbei. Die Drohne, die hätte mir fast zerbröselt, in Ernst, ich mit dem Fahrrad hinterher verfolgt. Richtig krass beeilt. Plötzlich in so eine Straße die Drohne am Landen, direkt vor die Füße von so einem kleinen Junge. Der hat mich voll ausgelacht. Ich so, kleiner Mann, voll die coole Drohne. Darf ich mal gucken? Er gibt mich die Drohne und ich so, Kladdusche, voll auf den Boden gewerft. Aber dann habe ich auf einmal den sozialen Schub gekriegt, weil der tat mir auch leid. Dann habe ich mich bei den Jungen entschuldigt. Ich war voll so der Vater Theresa, weil man geht ja nicht auf Schwächere los. Aber ich schwöre, ey, die Drohne war nicht die einzige Kampfmaschine gewesen. Der Kleine, der hatte den schwarzen Gürtel in Tech, renn weg oder so. Der hat mich Ninja Turtle mäßig, hat er mich voll fertig gemacht. Aber der hat mir später seine kaputte Drohne geschenkt, weil er sagte, damit ich im Krankenhaus was zu spielen hätte. Ey, lach nicht. Sonst holt er seine Brüder. Ja, ist so.